In diesem Tutorial werden wir uns die wichtigsten Mengenoperationen anschauen und nach dem Grundlagenteil kommen dann natürlich auch genügend Beispiele. Für den Anfang ein paar Grundeigenschaften, die man im Hinterkopf haben sollte. Wie zum Beispiel, eine Menge kann endlich viele, aber auch unendlich viele Elemente enthalten. Dann, die Reihenfolge der Elemente spielt keine Rolle und ein Element kann nicht mehrfach enthalten sein. Das bedeutet, ein Element kann nicht doppelt oder dreifach und so weiter in eine Menge auftauchen. Als nächstes eine kleine Übersicht, wie man Mengen überhaupt darstellen kann. Also, Mengen kann man in aufzählenden Formen darstellen, so wie hier die Menge A. Und das ist ja vor allem typisch für endliche Mengen. Oder alternativ auch in beschreibender Form, so wie hier für die Menge B. Und bei der Menge B würde das bedeuten, die Menge B besteht aus Elemente X mit der Eigenschaft, dass X größer gleich 4 ist. Diese Menge würde alle Zahlen von 4 bis unendlich beinhalten. Und außerdem gibt es noch eine besondere Menge, die leere Menge. Die kann man entweder so darstellen, also C wäre jetzt die leere Menge sozusagen. Oder so. Und noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. In diesem Tutorial werden wir uns ausschließlich nur mit endlicher Mengen in aufzählender Form beschäftigen, weil sie ideal sind, um diese Operationen zu verdeutlichen. Wenn bedarf, Tutorials zu Mengen in beschreibender Form findet ihr am Ende dieses Videos im Abspann. Und jetzt legen wir los mit den Mengenoperationen. Die drei wichtigsten Mengenoperationen heißen Schnitt, Vereinigung und Differenz. Um das Ganze besser zu verstehen, werden wir uns das anhand von sogenannten Venn-Diagramme vorstellen. Und zwar hier sind zwei Mengen A und B als Kreise dargestellt. Wenn man jetzt diese zwei Mengen schneiden möchte, dann tut man das Ganze so darstellen. A, dann kommt so ein umgedrehter U und B. Man liest das Ganze A und B. Und übersetzt heißt das, dass uns diese Operation die gemeinsamen Elemente von A und B liefert. Oben an unserem Diagramm, Venn-Diagramm, sieht das Ganze so aus. Also in diesem gelben Bereich wären alle gemeinsamen Elemente von A und B. Die Vereinigung zweier Mengen werden wir uns versuchen, auf die gleiche Art und Weise darzustellen. Die Operation wird angegeben durch ein u-ähnliches Zeichen. Lesen tut man das Ganze als A oder B. Und diese Operation liefert uns alle Elemente aus den Mengen A und B, wobei die gemeinsamen Elemente nur einmal vorkommen. Gut, oben kann man sich das Ganze so vorstellen. Das sind alle Elemente aus A und B. Und unsere letzte Operation, die Differenz zweier Mengen, die wird so dargestellt. Das kann man auch lesen als A minus B. Und übersetzt heißt das, alle Elemente, die A enthält und B nicht. Oben an unserem Venn-Diagramm können wir uns das Ganze so vorstellen. Also das mit gelb hier dargestellt, wären alle Elemente, die A enthält und B nicht. Im Zusammenhang mit diesen drei Operationen, die wir gerade angeschaut haben, taucht sehr häufig noch ein anderer Begriff, und zwar das Mengenkomplement. Das Mengenkomplement kann so dargestellt werden, oder so in manchen Büchern. Ich persönlich bevorzuge die linke Schreibweise. Und dieses A mit dem Strich drüber kann man auch vereinfacht als Nicht-A aussprechen. Und jetzt will ich euch natürlich kurz erklären, was dieser Mengenkomplement überhaupt in der Bedeutung hat. Stellt euch vor, ihr habt eine Grundmenge G. Und damit es ein bisschen einfacher ist, werde ich diese Grundmenge auch befüllen. Also zum Beispiel könnte G alle Zahlen von 1 bis 5 beinhalten. Innerhalb dieser Grundmenge existiert eine echte Teilmenge A. Und diese Teilmenge A von G beinhaltet die Elemente 2 und 3. Jetzt, Nicht-A würde heißen, wir brauchen alle Elemente, die nicht zu A gehören. Das wäre in diesem Fall, wenn wir die zwei Mengen ein bisschen vergleichen, die Elemente 1, 4 und 5. Also vereinfacht können wir eine Schlussfolgerung ziehen und sagen, kein Element von A ist in der Menge Nicht-A enthalten. Und hier ist unsere Beispielaufgabe mit den ersten drei Teilaufgaben. Wenn ihr das Gefühl habt, die Sache verstanden zu haben, könnt ihr gerne an dieser Stelle auch auf Pause drücken und zuerst versuchen, selbst die Aufgaben zu lösen und dann mit meinen Lösungen vergleichen. Ich werde kurz die Aufgabenstellung jetzt überfliegen. Gegeben ist eine Grundmenge M. Und so wie ihr erkennen könnt, beinhaltet diese Menge alle Zahlen von 0 bis 9. Und drei echte Teilmengen A, B und C. Die jeweiligen Elemente könnt ihr problemlos an der Aufgabenstellung erkennen. In erster Reihe sollen wir die Schnittmenge zwischen A und B ausrechnen. Der Übersichtshalber habe ich das Ganze nochmal so dargestellt. Und in dieser zwei Mengen suchen wir jetzt alle gemeinsamen Elemente. Also, wenn ihr das hinschauen, sollten euch 5 und 7 auffallen. Also die Schnittmenge wäre dann entsprechend 5 und 7. Bei der nächsten Aufgabenstellung geht es um die Vereinigung der Mengen A und B. Also auch hier nochmal die Mengen neu dargestellt. Und zur Erinnerung, das hieß, alle Elemente aus A und B hinzuschreiben, wobei die doppelten Elemente nur einmalig hingeschrieben werden. Also, das heißt, wenn wir von links nach rechts gehen, wir können gerne auch die Zahlen in der richtigen Reihenfolge, also von unten nach oben, schreiben. Es ist allerdings kein Muss. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Es ist nur übersichtlicher so. Also, 1 ist unser erstes Element, dann folgt 3, dann 4, dann 5, 6, 7 und 9. Also, das wäre die Vereinigungsmenge. Und bei der dritten Teilaufgabe müssen wir einfach A minus B rechnen. Übersetzt heißt das, alle Elemente, die A besitzt, und B nicht. Naja, das ist ganz viel zu finden. Wir haben gesagt, 5 und 7 sind gemeinsame Elemente. Das bedeutet, die einzigen Elemente, die A besitzt und B nicht, sind die 1 und die 4. Und das wäre dann die Differenzmenge. 1 und 4. Und hier sind die nächsten 2 Teilaufgaben. Ihr könnt auch gerne an dieser Stelle auf Pause drücken. Versuchen Sie erstmal selbst zu bearbeiten. Die Aufgabenstellung ist grundsätzlich gleich geblieben. Lediglich die Teilaufgaben sind ein bisschen hässlicher geworden. Also, schauen wir uns kurz die 4 an. Erstmal steht eine Klammer, nicht B geschnitten mit C oder nicht B und C. Und dann steht ein Oder-Zeichen wieder mit so einem Nicht-Drüber. Also, kurz gesagt, Nicht-Oder. So weit muss ihr euch nicht erschrecken. Nicht-Oder ist übersetzt natürlich Und. Also, Und ist das Gegenteil von Oder und Oder ist das Gegenteil von Und. Gut, dann können wir mit dem ersten Teil loslegen. In der ersten Reihe brauchen wir nicht B. Hier oben haben wir unsere Menge B. Und bezogen auf die Grundmenge M bedeutet Nicht-B eigentlich alle Elemente, die wir in M finden und in B nicht vorhanden sind. Das heißt, für den Anfang 0, 1, 2, dann gibt es noch die 4 und die 8. Also, das wäre unser Nicht-B. Das wird dann entsprechend geschnitten mit C. Das ist 0 und 2. Alles in Klammer gesetzt und am Ende noch geschnitten mit A. So, das A schreibe ich noch nicht ausführlich hin. Zuerst müssen wir erst mal diese zwei Mengen miteinander verrechnen. Also, auf der linken Seite in der Klammer haben wir Nicht-B geschnitten mit C. Also, alles was diese zwei Mengen gemeinsam haben. Und das sind natürlich die Elemente 0 und 2, wie ihr gut erkennen könnt. Und das Ganze schneiden wir jetzt noch mal mit A. Und an dieser Stelle schreibe ich von oben A ausführlich hin. 1, 4, 5 und 7. Und wenn man jetzt in dieser zwei Mengen nach gemeinsamen Elemente sucht, wird man keins finden. Deshalb ist das Ergebnis eine leere Menge oder die leere Menge. Unsere Teilaufgabe 5 sieht vielleicht beim ersten Blick noch seltsamer aus. Da steht in der Klammer B und A und dann wieder eine Negation drüber. Gut, die Wahrheit ist, man könnte diesen Ausdruck auch ein bisschen zerlegen. Zum Beispiel so. Also, das heißt, wenn über den ganzen Ausdruck praktisch ein Negationszeichen steht, dann wird jede einzelne Menge und Operationen in dieser Klammer negiert. Also, wir haben dann entsprechend aus B, nicht B. Aus und haben wir nicht und. Und das wissen wir ja, das heißt eigentlich oder. Und aus A wird nicht A. Also, vereinfacht kann man das Ganze auch so aufstellen. Und wenn ihr wollt, zur Probe könnt ihr gerne auch diesen unteren Ausdruck ausrechnen. Und ihr werdet sehen, wir kriegen das gleiche wie oben raus. Allerdings ist es für uns einfacher, wenn wir einfach das rechnen, was hier steht. Und zwar erstmal B und A und dann das Ganze negieren. Naja, gut, B und A war schon unsere Teilaufgabe A. Und das war ja nichts anderes als 5 und 7. Und weil wir damit noch nicht fertig sind, mache ich nochmal so ein Zeichen drüber. Und das Ganze wird dann noch mit C vereinigt. Also, zuerst erledigen wir B und A negiert. Oder nicht B und A. Das bedeutet, wieder bezogen auf die Grundmenge, alle Elemente, die wir in der Grundmenge finden, außer die 5 und die 7. Und das sind dann natürlich 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 9. Das Ganze wird jetzt noch vereinigt mit C. Also, dann schreiben wir hier noch die Elemente von C. Aber die Elemente von C befinden sich bereits in dieser Menge. Von daher wäre die linke Menge eigentlich schon unser Ergebnis. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 9. Und zum Schluss noch eine besondere Teilaufgabe mit einem besonderen Ausdruck. Das, was ihr hier seht, hat sogar einen Namen in der Mengelehrerin. Das heißt, symmetrische Differenz. Und in manchen Büchern sogar ein extra Operationszeichen. Das wird manchmal dargestellt als A, Delta, B. So, wir wollen jetzt erstmal diese symmetrische Differenz ausrechnen. Und dann schauen wir uns anhand eines Venn-Diagramms auf, welche Bedeutung sie hat. Also, A oder B haben wir bereits ausgerechnet. Bei der vorigen Teilaufgabe ebenfalls so A und B. Ich tue sie jetzt nochmal hier darstellen. Und dann brauchen wir wieder die Differenzmenge zwischen dieser zwei Sachen. Anders formuliert, wir suchen alle Elemente der ersten Menge, die die zweite nicht besitzt. Na gut, das ist ja alles außer 5 und 7. Dann schreiben wir unsere Ergebnismenge kurz hin. 1, 3, 4, 6 und 9. Und das wäre diese symmetrische Differenz. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anhand eines Diagramms anschauen, sieht das Ganze so aus. Das bedeutet, diese Ergebnismenge beinhaltet alle Elemente aus A und B, außer die gemeinsam. Also, ihr seht, in der Mitte ist ein weißer Fleck. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang könnten euch auch noch Mengen in beschreibenden Formen interessieren oder Rechenregeln für Mengen beziehungsweise das kartellische Produkt zweier Mengen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo, kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, na ja, dann könnt ihr diesen Kanal trotzdem abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat,